Jens, hast du deine Uhr umgestellt? Auf jeden Fall. Du hast also dran gedacht, oder das Handy selbst, die Uhr auf Winterzeit gestellt? Mein Handy, meine Uhr, aber mein Roller hat ihn nicht umgestellt. Weißt du, was fies ist? Zu Hause, dann vergisst man meistens so am Herd, weißt du? Dann bin ich zwei, dreimal schon echt erschrocken, wenn da die falsche Uhrzeit noch steht. Das kann beim Sport eine richtig heftige Strafe geben. Wenn du zu spät kommst. Wenn du zu spät kommst, ja. In der Verteidigung auch. Auf jeden Fall. Mega. Wir sitzen jetzt hier im BMW-Park, es ist Sonntag. Die Jungs haben ein sehr gutes Spiel gezeigt gegen Würzburg. Aber lass uns erstmal auf das Euroleague-Spiel gegen Fenerbahce eingehen. Meines Erachtens können die Jungs noch besser performen. Haben sicherlich nicht ihre beste Leistung gezeigt. Aber am Ende, ich glaube, 40 Sekunden vor Ende, bist du mit zwei Punkten dran und hast Ballbesitz. Die Mannschaft war im Spiel. Die Dreier sind nicht gefallen, nur 21% Dreierquote. Da waren auch viele freie Dreier dabei. Und mir persönlich hat gefallen, dass die Mannschaft gekämpft hat, bis zum Gehtnichtmehr. Also viele Offensiv-Rebounds gegen diese extrem physische Mannschaft. Und dann hat es am Ende erstens nicht gereicht und zweitens hat bei Fenerbahce auch die Erfahrung übernommen. Und da leite ich direkt zu dir weiter. Was ist denn Erfahrung auf internationalem Level? Ich glaube, wenn du die ganzen Top-Teams in Europa anschaust, auf allerhöchstem Niveau, vor allem auf der Point-Card-Position, sind die Spieler, die wahrscheinlich schon alles erlebt haben in ihrer Karriere. Die werden nicht nervös. Die können ein schlechtes Spiel haben über 38 Minuten, wenn es in die Crunch-Time geht. Du siehst es in den Augen. Also ein Guduric zum Beispiel oder ein Kalates am Freitag. Die haben jetzt nicht ihr bestes Spiel gezeigt, aber es kam in dem Moment darauf an, die haben den Ball bekommen. Guduric schießt den Dreier rein, holt das End-One-Play in Penetration. Kalates hat das Spiel 100% unter Kontrolle gehabt in jeder Sekunde. Aber er muss keine 12, 14, 18 Punkte machen, aber er gibt der Mannschaft immer das Gefühl, ey Jungs, ich habe das unter Kontrolle. Und das ist, glaube ich, die Kunst. Und bei so einem jungen Spieler, so einem unerfahrenen Spieler, so einem vielleicht Euroleague-Rookie, da merkst du so ein bisschen, okay, das Dribbling wird ein bisschen schneller, der Blick wird zu schnell. Und das macht dich als Mitspieler natürlich auch ein bisschen unsicher. Und am Freitag haben wir das, glaube ich, ganz gut erkannt. Wir haben natürlich mit dem Kampf, den du angesprochen hast, wieder zurück ins Spiel gefunden. Aber die Überzeugung am Ende, dieses Spiel dann noch gewinnen zu können, war auf Seiten Istambuls. Es kommt natürlich auch dazu, dass du hast eigentlich gutes Momentum gehabt im ersten Viertel. Und dann kommt auf einmal ein Scotty Wilbeck in rein und der haut ansatzlos drei Dreier aus längster Distanz in den Korb. Wie geht man sowas als Spieler an, gerade als Rookie, wenn man neu ist? Wie geht man mit diesen Unwägbarkeiten, dass einer einfach einen schwierigen Wurf trifft, wie geht man da um? Ja, man muss sich da verdammt schnell darauf einstellen, weil in der Euroleague wird das immer passieren. Du hast Spieler, die zu jeder Zeit heiß laufen können, vor allem so ein Wilbekind. Also das wurde sicherlich vor dem Spiel in der Kabine zum Thema gemacht, dass das ein unfassbar guter Scorer ist. Also der findet immer einen Weg, um zu scoren. Aber du darfst natürlich da auch in solchen Situationen, wenn er mal einen schwierigen Wurf trifft, nicht nervös werden. Du darfst nicht sagen, boah, fuck, ich habe da alles gegeben und der trifft trotzdem. Nein, du musst weitermachen. Du musst Wege finden als Mannschaft, diesen Typen zu stoppen. Und auf allerhöchstem Niveau ist es natürlich auch schwer, so einen Scorer, wenn du hast in der Mannschaft oder bei den Gegnern, kannst du nie komplett ausschalten. Aber du musst als Mannschaft eben diese Ruhe ausstrahlen und sagen, hey, we got this shit, you know, wir haben das unter Kontrolle. Was aber ein großes Thema ist, du hast es nur kurz erwähnt, die Dreierquote in der Euroleague. Die Jungs kriegen es aktuell nicht hin, in der Euroleague die Prozente aufzulegen, die sie in der Bundesliga schießen. Woran liegt das? Also meines Erachtens geht es in der Euroleague natürlich alles nochmal einen Tick schneller. Du musst den Ball vielleicht ein bisschen schnell loswerden. Der Verteidiger hat eine Armspannwarte vielleicht vier, fünf Zentimeter weiter als der Bundesligaspieler. Und das sind halt die Sachen, die natürlich auch im Kopf mitspielen. So, wow, der hat zwar ein bisschen den Abstand wie in der Bundesliga, aber der kann da vielleicht noch an diesen Ball rankommen. Und natürlich, Spotlight ist an, der Druck ist hoch. Wir sind noch immer frisch in der Saison, neu in der Saison. Rollenverteilung ist noch nicht ganz da. Und vielleicht auch, ich meine bei Andi, der hat zwei ganz offene Dreier daneben gemacht. Ja, passiert eigentlich nicht. Das macht natürlich auch was mit einer Mannschaft so. Ey, unser bester Schütze, der beste Schütze Europas, der trifft diese Dreier jetzt gerade nicht. Damn. Jetzt muss ich da Verantwortung übernehmen und den Ball da oben reinwerfen. Und ich glaube, das macht schon was mit einer Mannschaft. Du hast gerade Armspann weiter angesprochen. Die hat uns beim heutigen Spiel, also wir zeichnen Sonntag direkt nach dem Spiel auf, die hat uns geholfen, weil wir haben sehr viel im 1 gegen 1 verteidigt. Und die Würfe von den Würzburgern sehr schwer gemacht. Wieder eine sehr gute Defensivleistung. Unter anderem Serge Ibaka, der im Switch dagegen Livingston verteidigt hat. Deine Eindrücke, was denkst du zu dem Spiel, wie hat es die Mannschaft heute gemacht? Ja, der hat es wieder gut gemacht. Also ich glaube, das war ein Sieg, wie man sich ihn wünscht, glaube ich, in der Bundesliga. Da siehst du halt auch den Unterschied zur Euroleague. Also da sind wir quasi die Mannschaft, die Euroleague Erfahrung mitbringt. Die Würzburger müssen sich auch natürlich auf uns irgendwie einstellen. Und solche Gegner tun sich natürlich schwer, wenn wir länger sind, schneller sind, dynamischer sind, athletischer sind. Aber das hilft uns ja jetzt auch nichts. Wir müssen ja jetzt mal gucken, dass wir da in der Euroleague, jetzt stehen wir gerade 2 zu 3 da, also zwei Siege, drei Niederlagen. Und es kommt ein November auf uns zu mit zehn Spielen in der Euroleague und sieben davon sind auswärts. Insgesamt, also zehn Spiele sind es und insgesamt sieben sind auswärts, also nicht nur in der Euroleague. Wir spielen direkt in Belgrad bei Roter Stern. Die haben ihren Trainer bereits gewechselt. Zweiropoulos ist jetzt dort der Headcoach. Die stehen mit 1 zu 4 mit dem Rücken an der Wand. Und jetzt darfst du dort in diese Stark-Arena mit, wie viele Fans sind, 18, 19, 20.000. Und mich würde interessieren, gerade auch im Hinblick auf diesen November, was ist denn so schwierig, auswärts in Europa zu gewinnen? Was ist deine persönliche Erfahrung? Also die Heimstätte, die Fans, die Körbe, das Parkett, der Duft, das ist natürlich ausschlaggebend, vor heimischem Publikum zu spielen. Aber die Faktoren, Du sitzt im Zug, im Bus, Du sitzt im Flieger, Deine Knie tun weh, dann wartest Du wieder auf den Bus, wenn Du ankommst. Dann kriegst Du nicht das Essen, was Du vielleicht so zu Hause gewohnt wirst. Du schläfst in dem Bett, keine Ahnung, ob Du eine weiche, harte Matratze wirst. Das sind ja alle so Faktoren, die da mit reinspielen. Du hast Deine Familie nicht um Dich herum, so Deine Routinen. Und dann kommst Du natürlich in eine Halle, die eineinhalb Stunden, eine Stunde vor Spielbeginn schon volles voller Zuschauer und die fangen an, diese Lieder zu singen. Das macht schon was mit einem Spieler. Jetzt kommen wir wieder zurück auf den Punkt, umso mehr Erfahrung Du damit hast, umso besser gehst Du natürlich auch mit solchen Situationen um. Wenn Du jetzt junge Pointguards hast, wie wir sie jetzt noch haben, die natürlich jetzt wachsen von Spiel zu Spiel und diese Erfahrungen gerade aufsaugen, das hilft natürlich im Laufe der Saison. Aber wenn Du natürlich so Mannschaften hast mit Erfahrung ohne Ende auf der Aufbauposition bereits, dann ist es natürlich einfacher. Aber auswärts zu spielen ist immer tough. Auch in der Bundesliga ist auswärts zu spielen immer tough. Jetzt gucken wir nochmal nach vorne. Belgrad wird für uns natürlich auch nochmal ein anderes Thema, weil letzte Woche fiel die Entscheidung für Maccabi Tel Aviv, dass eine Mannschaft, die normalerweise in Tel Aviv zu Hause ist, jetzt in Belgrad umsiedelt. Das heißt, wir fahren in zwei Wochen nochmal nach Belgrad. Belgrad, Braunschweig, Belgrad. Es ist schon verrückt. Du spielst, also natürlich ein Riesenthema da in Israel, aber für eine Mannschaft ist es der Wahnsinn. Du gehst mit deiner ganzen Familie, mit deinem ganzen Staff in einfach ein fremdes Land und spielst quasi in einer fremden Stadt. Ich bin, also mich interessiert vor allem, wie ist der Zuspruch, Zuschauerzuspruch in der Arena in Belgrad. Ich denke, da wird auch sehr viel los sein. Also die Belgrader Fans oder serbische Basketballfans sind verrückt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Spiel auch ausverkauft sein wird. Es ist nicht in der Stark-Arena, sondern in der Pionier, also der Altehrwürdige. Hast du dort schon gespielt? Ach, Wahnsinn. Ich habe da ein Spiel gespielt gegen Partisan damals noch. Da haben die noch in der Halle geraucht. Okay. Also du konntest kaum atmen in dieser Arena. Also Stimmung ohne Ende natürlich. War ein geiles Spiel, aber haben wir mies auf die Mütze bekommen, damals noch mit Bamberg. Weil das sind natürlich Momente, die man nie vergisst. Und solche Momente haben mich reifen lassen. Interessant. Da haben wir natürlich auch diese harten, derben Niederlagen, haben mich als Typ, als Mensch nicht nur fürs Basketball reifer werden lassen, sondern auch abseits des Feldes. Erfahrung ist also unser heutiger Podcast-Titel. Und wir haben einen auch getroffen, der sehr viel Erfahrung hat. Chevy Troutman. Oh, haben wir fast vergessen. Am Freitag, es war wirklich wundervoll, Chevy nach zehn Jahren jetzt wiederzusehen. Da hat er damals drei Jahre hier mit mir zusammen gespielt in München. Absolute Legende, Publikumsliebling hier in München. Wurde mit offenen Armen hier empfangen. Viele Fans haben sich gefreut, ihn zu sehen. Was er zum Spiel und zu der Entwicklung der Euroleague zu sagen hat, das hören wir uns gleich nochmal an. Aber auch, dass er gerne für die FC BB All-Stars gewählt werden würde. Also, denkt da mal dran. Vielleicht habt ihr da so eure Starting Five, die ihr gerne wählen würdet. Gib mir du zwei Spieler, die du wählen würdest aus der FC Bayern-Vergangenheit. Malcolm Delaney. Keinen aktuellen. Keinen aktuellen. Ja. Othello Hunter. Hunter. War da ein geiler Typ, war auch. Ja, du brauchst einen guten Verteidiger. Du brauchst einen, der Rim-Pressure kreiert, also, der auch im hohen Basketballalter noch hochspringen kann und die Alli-Jups verwandelt. Also, Hunter würde ich mit reinnehmen. Ja, guter Typ. Chevy, after 10 years or 9 years, you're back in Munich watching a yearly game. How did you enjoy it? Oh my gosh, I felt like I should be on the court, but I know that I should not, because these guys are freaking, they're legit, they're high-level, very, very fine-tuned athletes that are out there on the court. And how do you see the EuroLeague level on, like, physicality, speed, and shooting? Oh, tonight's game, everybody seemed like they was all locked in, like they knew what they was doing. There was a whole lot of professionals on the court, and you knew they was there for business. And what makes the difference? Why Fenerbahce took this win out of the BMW Arena today? They made less mistakes. I think that they was hitting the glass a little bit earlier and harder. FC Bayern came back, in my opinion, and hit the glass later, gave way more efforts when they could have given up the game, but they fought back every chance they got to come and have a chance to finish out the game. And you heard about the FCBB All-Star voting. Who would be your favorite teammate to play on this FCBB All-Stars? Oh my gosh, there's so many. Name one or two of it. Malcolm Delaney's up there. Tyrese Rice also. You're freaking up there too. There's so many choices, man. It's hard too, because we have the legendary team that's the first champions. I could pick every single one of them, but there's so many other players after. But we have a ton to pick from. But why fans should pick you, man? Because I'm your number five. Perfect, Chevy. Thank you for your time here in Munich and hope to see you soon. Yes, I'll be back. Vergesst nicht, eure FCBB All-Stars zu wählen. Welcome-Back-Folge läuft aktuell noch mit Nelson Weidemann und Devin Booker. Auf jeden Fall da nochmal reinhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten freuen wir uns auf das, was kommt. Vielen Dank, Jens. Herzlichen Dank, Steffen, für das Teilen von deiner Erfahrung. War sehr interessant. Und vergesst nicht, deine Küchenuhr umzustellen. Auf jeden Fall. Ciao. Ciao.